Damit rufe ich auf den Zusatzpunkt 7. Erste Beratung ist von der Fraktion Die Linke eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes. Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten. Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. Wir kommen daher gleich zur Überweisung. Es soll abweichend von der Tagesordnung die Drucksache 241 ausschließlich an den Hauptausschuss überwiesen. Gibt es andere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 19, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Obligatorische Altersfeststellung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Für diese Aussprache ist nach einer interfraktionellen Vereinbarung eine Aussprachdauer von 38 Minuten vorgesehen. Wenn ich sehe keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Wir öffnen die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Roman Johannes Reusch von der AfD-Fraktion. Ein Antrag der AfD zur Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge Roman Reusch von der AfD. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nicht nur die Zuwanderungsfrage bewegt die Öffentlichkeit, sondern auch die sich häufenden Meldungen, dass ganz offensichtlich längst Volljährige offiziell als Minderjährige geführt werden, und das nicht nur in Einzelfällen. Wie ist die Lage? Seit 2005 werden alle unbegleiteten Minderjährigen, die in Deutschland sich melden, der Jugendfürsorge überstellt, diese in ihre Obhut nimmt. Die Zahlen waren anfangs noch überschaubar, sind dann natürlich stark gestiegen. Jetzt sollen es so etwa um die 56.000 sein, die in der Obhut der Jugendbehörden sind, was ungefähr die Hälfte derer ausmacht, die überhaupt in der Obhut der Jugendbehörden sind. Über 90 Prozent davon junge Männer. Nach Mitteilung der Bundesregierung belaufen sich die Kosten pro Person je nach Fall zwischen 3.000 und 10.000 Euro im Monat. Nach Mitteilung des Bundesverwaltungsamts sind durchschnittliche Kosten von 5.250 Euro pro Kopf und Monat zu bezahlen. Erzählen Sie das mal einem, der sich jeden Morgen um vier oder fünf aus dem Bett quält, den ganzen Tag arbeitet und dann mit 1.500 Euro brutto nach Hause geht. Wer darf das bezahlen? Wenn man das zusammenzählt, kommen jährliche Kosten von etwa 3,7 Milliarden Euro auf den Haushalt zu. Die Anreize, sich diese Jugendfürsorgeobhut zu unterstellen, sind gewaltig. Die Versorgung ist verglichen mit dem, was einen in Turnhallenlagern erwartet, Spitzenklasse, rund um die Urbetreuung. Man ist de facto sicher vor Abschiebung. Das geht nämlich nicht. De facto nicht. Nur theoretisch. Aber in Wirklichkeit geht das nicht. So ein Mensch, der einmal minderjährig erfasst ist, hat auch dramatische Vorteile, wenn er kriminell ist, durch Anwendung des Jugendstrafrechts. Es hat schon mehr als einen Oberbürgermeister gegeben, der Hilferufe an die Regierung gerichtet hat, weil seine Stadt von minderjährigen Kriminellen, Schutzsuchenden, terrorisiert wird. Es führt also an der zuverlässigen Feststellung einer etwaigen Volljährigkeit kein Weg vorbei. Nach bereits durchgeführten Untersuchungen, sowohl im Innen- als auch im Ausland, hat man mit einer Quote von zwischen 30 und 80 Prozent Lügnern zu rechnen. Eine solche Untersuchung ist auch zuverlässig möglich. Der Ärztepräsident Dr. Montgomery hat das bestritten. Daraufhin bebt er das Land, und zwar von homerischen Gelächter der Gerichtsmediziner, für die das nämlich eine Standarduntersuchung ist, eine Standardaufgabe. Die forensische Altersdiagnostik gibt es seit Ewigkeiten, und der Professor Schmeling, der diese Arbeitsgemeinschaft leitet, hat noch einmal aus Anlass dieser Diskussion darauf hingewiesen, dass es selbstverständlich kein Problem ist, zu festzustellen, ob jemand über 18 ist oder unter. Das genaue Geburtsdatum kann natürlich keiner feststellen. Aber um die Frage der Volljährigkeit geht es ja. Also überhaupt kein Problem. Falls eine Röntgenaufnahme des Handgelenks gemacht werden müsste, dann entspricht die Strahlenbelastung etwa der eines Atlantikfluges. Weshalb das ethisch nicht vertretbar sein soll, bei der U-17-Mannschaft, wer da mitspielen will, muss auch sein Alter untersuchen lassen. Da schreit auch keiner, dass es unethisch ist. Die Lösung kann also nur darin bestehen, eine gesetzliche Verpflichtung einzuführen, die den mit diesen jungen Ausländern befassten Ausländer- und Asylbehörden übertragen wird. Sie müssen, sobald eine Nichtvolljährigkeit, eine Minderjährigkeit auch nur möglich erscheint, verpflichtet werden, eine solche Untersuchung unverzüglich innerhalb einer kurzen Frist durchführen zu lassen. Abgesichert werden muss das durch eine Kostentragungspflicht für diese Behörden, die nämlich, wenn sie das versauberteln, dann eben für die Kosten der Luxusunterbringung aufzukommen haben. Das wird den Behördenleitern Beine machen, und die machen ihren Leuten dann Beine. So funktioniert das. Wer sich weigert, bei dem hat eine gesetzliche, widerlegliche Vermutung der Volljährigkeit zu greifen. Wir machen uns da die Anregung des grünen Oberbürgermeisters Boris Palmer sehr gerne zu eigen. Anders als die Mehrheit dieses Hauses beurteilen wir eine Idee nicht danach, wie sie äußert, sondern ob sie gut ist. Und die Idee ist gut. Schließlich und endlich ist eine Strafbarkeit für diejenigen einzuführen, die falsche Angaben zu ihrem Alter machen. Und die muss, damit sie funktioniert, auch sechs Monate Mindeststrafe betragen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte umzustimmen. Roman Reusch von der AfD, der gestern ja bei der Wahl der Mitglieder zum Parlamentarischen Kontrollgremium der Geheimdienste durchgefallen ist. Nächste Rednerin ist Nadine Schön von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende und dort zuständig für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Weltweit sind über 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Viele fliehen gemeinsam mit ihren Eltern, aber auch immer mehr Kinder und Jugendliche machen sich alleine auf die gefährliche Reise. Allein in Deutschland sind von 2010 bis 2016 laut dem Statistischen Bundesamt insgesamt über 116.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Obhut genommen worden. Für sie gilt das Jugendhilferecht. Maßnahmen, dass sie Traumata überwinden, schnell unsere Sprache lernen, in die Schule gehen und sich in unsere Gesellschaft integrieren können, sind intensiver als bei Erwachsenen. Und das ist richtig und nicht zuletzt eine Verpflichtung, die wir haben aus der UN-Flüchtlingskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention. Fakt ist aber auch, die besondere Behandlung ist auch besonders aufwendig und natürlich auch besonders kostenintensiv. Und deshalb ist es aus Sicht meiner Fraktion, der Unionsfraktion wichtig, dass wir hier keine Sozialromantik betreiben, sondern nur den Menschen hier helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Und das heißt, dass nur diejenigen, die besondere Behandlung von minderjährigen Schutzbedürftigen bekommen können, die tatsächlich minderjährig und schutzbedürftig sind. Und jetzt könnte man ja meinen, die AfD und wir hätten hier ein gemeinsames Anliegen. Aber liest man den Gesetzentwurf und den Antrag der AfD und hört man die Reden im Bundestag, und zwar nicht nur heute, sondern auch in den letzten Tagen dazu, dann wird einem schnell klar, dass auch dieses Mal nur ein Aufhänger gesucht wurde, um pauschal über Flüchtlinge zu hetzen und sie zu diffamieren. Ja, ich empfehle wirklich jedem, ich empfehle wirklich jedem einmal den Gesetzentwurf und den Antrag der AfD zu lesen. Hier ist nur die Rede von Kostenverursachern, da ist nur die Rede von Lügnern, von Schwerverbrechern, von Kriminellen, dass es dabei auch um Menschen geht, um Kinder und Jugendliche, die mehr Schlimmes erlebt haben, als jeder von Ihnen und jeder von uns sich vorstellen kann, die gesehen haben, wie ihre Häuser und Familien zerbombt worden sind, wie ihre Mütter vergewaltigt worden sind, ihre Schwestern verschleppt worden sind und die vielleicht selbst körperliches und seelisches Leid erfahren haben. Davon ist in Ihren Texten und in Ihren Reden kein einziges Wort zu hören. Kein einziges. Das Wort Hilfe. Der Gesetzentwurf, den Sie Mitte der Woche verschickt haben, kommt völlig ohne das Wort Hilfe aus. Er ist ein Konglomerat von polemischen Aussagen und wirklich fremdenfeindlicher Proser. Und dann schaffen Sie es nicht einmal, diesen inhaltlich schlechten Gesetzentwurf formell richtig einzubringen. Und deshalb müssen wir heute einen Antrag beraten und nicht Ihren Gesetzentwurf. Und ich würde sagen, das ist doch ziemlich peinlich. Frau Kollegin Schön, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Frau von Storch? Sehr gerne. Bitte sehr. Begatrix von Storch von der Fraktion der AfD mit einer Zwischenfrage. Nur eine ganz kurze Frage. Sind Sie der Ansicht, dass bei Minderjährigen, bei denen wir Zweifel haben, dass sie minderjährig sind, diese Minderjährigkeit überprüft wird oder nicht? Ja, bitte bleiben Sie stehen, weil ich Ihre Frage gerne beantworten werde. Ja, meine Fraktion und ich sind der Meinung, dass bei Minderjährigen überprüft werden muss, ob sie minderjährig sind oder nicht. Und dafür brauchen wir keine Nachhilfe der AfD-Fraktion. Wir haben bereits 2015 ein Gesetz eingebracht, was alle Möglichkeiten der Altersfeststellung möglich macht, auch die medizinische. Und wenn wir jetzt heute sehen, dass das von den Jugendämtern nicht genutzt wird, dann haben wir bereits im November, schon lange vor Ihren Gesetzentwürfen, schon lange vor der öffentlichen Diskussion vorgeschlagen. Und das können Sie gerne in meiner eigenen Pressemeldung von November 2017 nachlesen, dass wir dafür sind, bundesweit einheitliche Verfahren und Standards zu machen. Und damit kann ich Ihre Frage ganz klar beantworten. Wir sind dafür, dass wir eine Altersfeststellung machen und dass wir die Hilfe, die Jugendhilfe, nur denjenigen zugestehen können, die tatsächlich minderjährig sind. Sie haben eine Nachfrage. Wenn ich die auch noch beantworten darf, mache ich das gerne. Nein, wir stimmen Ihrem Antrag nicht zu, weil Ihr Antrag, nämlich nur eine Seite der Medaille beleuchtet, Ihr Antrag ist von der Wortwahl und auch von Inhalt so polemisch, das Wort Hilfe kommt überhaupt nicht vor und ist weit weg davon, auch nur in die Nähe einer ausgewogenen Lösung zu kommen. Wir sind für klare Altersfeststellung, für klare Trennung zwischen Minderjährigen und Nicht-Minderjährigen. Wir sind aber im Gegensatz zu Ihnen auch dafür, dass demjenigen geholfen wird, die Schutz und Hilfe benötigen. Und davon ist in Ihrem Antrag überhaupt nicht die Rede. Natürlich fragen sich viele Menschen in Deutschland, wieso es denn so ist, dass nach Zahlen, die jetzt bekannt geworden sind, etwa ein Drittel derjenigen, die von der Jugendhilfe betreut werden, derzeit gar keine Minderjährigen sind. Und das liegt halt daran, eben nicht daran, dass die Gesetzeslage zu schwach ist. Ich habe das eben in der Antwort auf die Kollegen schon gesagt. 2015 haben wir bereits auf Bundesebene ein Gesetz geschaffen, was alle Möglichkeiten der Altersfeststellung, auch die medizinische, ermöglicht. Aber es wird eben vor Ort in den Kommunen von den Jugendämtern sehr unterschiedlich gehandhabt. Und wenn Sie ein Jugendamt sind, was sowieso schon sehr belastet ist, wo Sie eine Altersfeststellung gar nicht jeden Tag machen, geprägt sind, auch noch von der öffentlich kontroversen Debatte über diese medizinischen Verfahren, dann winken Sie auch gerne mal jemanden durch, von dem Sie eigentlich eine medizinische Altersfeststellung machen müssen. Und wir sind der Meinung, das darf nicht sein. Und deshalb sollten wir mal den Blick werfen auf Regionen, auf Länder, wo das gut funktioniert. Und da nehme ich als Beispiel mein eigenes Land, das Saarland. Im Saarland werden alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in eine Vorklädenstelle gebracht. Und dort wird für das ganze Land zentral das Alter festgestellt. Wenn das nicht direkt erkennbar ist, auch anhand der Ausweispapiere, dann muss eben auch eine medizinische Altersfeststellung gemacht werden. Und im Zweifel wird sogar ein Gerichtsmediziner herangezogen. Und das führt dazu, dass wir im Saarland etwa ein Drittel derjenigen haben, die als unbegleitet sich erklären, die als minderjährig erklären, die tatsächlich nicht minderjährig sind. Und die fallen natürlich aus der Jugendhilfe raus. Und dieses einheitliche Verfahren weg von den einzelnen Jugendämtern, das ist auch der Weg, den wir gemeinsam mit der SPD vereinbart haben, für die nächsten vier Jahre, wenn es denn zu einer Koalition kommt, werden wir überall in Deutschland diese Ankerstellen errichten, also gemeinsame Stellen, wo die Identität der Flüchtlinge und auch das Alter der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge unter Ausschöpfung aller medizinischen Möglichkeiten geklärt werden kann. Damit schaffen wir neue Kapazitäten, Freiräume in den Jugendämtern, lassen die Hilfe denjenigen zugutekommen, die sie wirklich brauchen, und schaffen es so, dass wir nicht diejenigen, dass wir die zugegebenermaßen sehr teuren Jugendhilfeverfahren nicht für Menschen verwenden, die diese brauchen. Und das ist eine ausgewogene und eine richtige Vorgehensweise. Dafür brauchen wir keine polemischen Anträge und auch keine tendenziellen Gesetzentwürfe der AfD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen das Thema sachlich an und ohne Polemik. Und daher bitte ich auch nur jede Zustimme für unseren Ansatz. Sobald Nadine Schön von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Nächste Rednerin ist Gülistan Yüksel von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In Ihrem Abentrag fordert die AfD die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, welche Altersfeststellung für begleitete und unbegleitete junge Flüchtlinge verbindlich vorschreibt. Wenn die behauptete Minderjährigkeit nicht gegeben ist. Zuerst einmal vorweg. Die Altersfeststellung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist bereits gesetzlich verbindlich geregelt. In der letzten Legislaturperiode haben wir in § 42f SGB VIII bereits ein zielführendes, abgestuftes Verfahren zur Altersfeststellung von jungen Flüchtlingen beschlossen. Dabei werden zunächst etwaige Ausweispapiere oder ähnliche Dokumente gesichtet. Fehlen diese oder wird an den Angaben gezweifelt, führen Fachkräfte eine sogenannte qualifizierte In-Augenschein-Nahme durch. Hier wird der Gesamteindruck des jungen Menschen gewürdigt und der Eindruck Entwicklungszustand erfasst. Auskünfte jedweder Art können eingeholt, Zeugen und Sachverständige vernommen, Dokumente und Akten einbezogen werden. Bestehen weiterhin Zweifel, ist im Gesetz die Veranlassung einer medizinischen Untersuchung vorgesehen. Weigert sich der Betroffene, sich einer Untersuchung zu unterziehen, kann das Jugendamt die Leistungen erziehen. Allein die Behauptung, minderjährig zu sein, reicht also nicht aus, um die Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mit dem gestuften interdisziplinären Verfahren haben wir 2015 einen richtigen und wichtigen Schritt gemacht. Das Verfahren entspricht kinderrechtlichen sowie europäischen und völkerrechtlichen Vorgaben und nutzt unterschiedliche Untersuchungsmethoden, um sich dem Alter so gut wie möglich anzunähern. Der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der übrigens immer wieder als Vorreiter genannt wird, sieht übrigens sich nicht in der Sonderrolle und sagt, wir halten uns nur ans Gesetz. Es existiert also ein klar aufgeführtes und einheitliches Verfahren. Falls die Evaluation des Gesetzes zeigen sollte, dass Umsetzungsdefizite in der Praxis bestehen und Nachbesserungen erforderlich sind, stehen wir dem offen gegenüber. Sehr geehrte Damen und Herren, die Altersfeststellung muss unter Einbehaltung des Kindeswohl sowie unter Achtung der Menschenwürde und der körperlichen Integrität erfolgen. Die im Antrag geforderten Genitaluntersuchungen sind aufgrund unserer Verfassung ausgeschlossen, was auch richtig ist. Die große Mehrheit der Fachwelt spricht sich gegen eine obligatorische medizinische Altersfeststellung aus. Wie schon öfters angeführt, ist eine exakte Feststellung des Alters auch medizinisch nicht möglich. Das haben auch meine Vorredner alle gesagt. Es wird immer eine Ungenauigkeit geben. Der Deutsche Ärztetag, die Bundesärztekammer, die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin seien hier stellvertretend für viele andere genannt, die sich deshalb nachdrücklich dagegen aussprechen. Der Präsident der Deutschen Ärztekammer sieht das Röntgen zur Altersfeststellung als Körperverletzung, da die Strahlen gerade Kinder und Junge in hohem und unnötigem Maße belasten. Ich zitiere. Es gibt für diese Untersuchung keine medizinische Notwendigkeit. Dabei sollte die immer höchstes Gebot ärztlicher Handels sein. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Wenn ich den Antrag der AfD lese, frage ich mich, ob irgendeiner glaubt, dass medizinische Altersfeststellungen Gewaltverbrechen verhindern werden. Glaubt irgendeiner, ein Mensch begeht keine Straftat, weil in seinem Ausweis 18 und nicht 15 steht? Glaubt irgendeiner, obligatorische Röntgen- oder Genitaluntersuchungen verhindern Gewalttaten? Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, weil die sich ja sowieso nicht verändern. Sie bleiben bei Ihrem Standpunkt. Ich möchte gerne weiter fortführen. Niemand sollte Gewaltverbrechen missbrauchen und das Leid und die Trauer der Menschen instrumentalisieren, um Stimmung zu machen und gegen andere zu hetzen. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass es in unserem Strafgesetzbuch bereits die Möglichkeit gibt, in Zweifelsfällen eine medizinische Altersfeststellung anzuordnen und so zwischen Erwachsenen- und Jugendstrafrecht entscheiden zu können. Eine obligatorische medizinische Altersfeststellung ist weder erforderlich noch zielführend. Sie verletzt das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Grundgesetz und ist nicht mit der UN-Kinderrechtskonvention vereinbar. Der Antrag der AfD ist durchzogen mit rechtspopulistischer Symbolpolitik, die an der Realität vorbeigeht. Wenn Sie anstelle des Jugendamtes das für Verbrechensbekämpfung zuständige Bundeskriminalamt bei der Altersfeststellung von unbescholtenen Menschen hinzuziehen wollen, tun Sie das, was Sie gern tun. Sie bedienen Vorurteile und schüren Ängste, um so unsere Gesellschaft zu spalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten uns vielmehr um gelingende Integration und gute psychologische Betreuung und die Einbindung in die Gesellschaft bemühen. Dabei ist gerade auch die Unterstützung von jungen Menschen über die Volljährigkeit hinaus wichtig, die Integration in Schule und Bildung. Der 15. Kinder- und Jugendbericht fordert eine stärkere Berücksichtigung der Lage junger Volljähriger in unserem Land und empfiehlt, eine Infrastruktur zu schaffen, durch die junge Volljährige auch nach Beendigung dieser Hilfen weitere Unterstützung finden können. Dem schließe ich mich ausdrücklich an. Wir dürfen Kinder und Jugendliche nicht allein lassen. Denn was wir im Kinder- und Jugendalter heute versäumen, fällt uns später teurer auf die Füße. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Richard von Weizsäcker hat einmal gesagt, Menschlichkeit ist nicht teilbar. Deshalb lassen Sie uns einfühlsam und mitmenschlich bleiben und nicht dem Hass nachgeben, der in unserer Welt leider immer mehr um sich zu greifen scheint. Das ist vielleicht der anstrengendere Weg, aber es ist der einzige Weg, der uns als Menschen und als Gesellschaft gemeinsam weiterbringt und zusammenhält. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Matthias Seestern-Pauli von der FDP-Fraktion zur Debatte Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge. Ein Antrag der AfD. Obligatorische Altersfeststellung. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In der heutigen Debatte geht es um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und im Besonderen um deren Alter. Wir müssen eine Lösung finden, wie wir im Zweifel das Alter bestimmen können und auch sollten. Leider ist diese Debatte auch heute wieder geprägt von Generalisierung und dumpfen Pauschalierungen. Das aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, bringt uns in der Sache keinen Schritt weiter. Für meine Fraktion und für mich ist völlig klar, dass Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf besonderen Schutz haben. Dies gilt für alle Kinder und Jugendlichen, egal welcher Herkunft. Klar ist aber auch, wer besonderen Schutz und Leistungen in Anspruch nehmen will, muss hierzu auch nachweislich berechtigt sein. Diese Feststellung ist dringend notwendig. Sie ist deshalb dringend notwendig, da eine Einstufung als Minderjähriger weitreichende Konsequenzen nach sich zieht. Beispielsweise bei der Unterbringung, bei der Betreuung, in der Höhe der Sozialleistung und auch in der Bleibeperspektive. Daher ist es für mich umso bemerkenswerter, dass es in den Bundesländern sehr unterschiedliche Vorgehensweisen gibt, dass es also gerade keine vergleichbaren Ergebnisse bei der Altersfeststellung gibt. Daher spreche ich mich für die Einsetzung einer Expertenkommission aus. Nur so können wir zu einer bundeseinheitlichen Regelung, und zwar durch die Diskussion in der Sache und nicht mit blindem Populismus gelangen. Dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, hängt die Feststellung der Minderjährigkeit nicht mehr vom Bundesland ab. Diese Gerechtigkeit schulden wir den Jugendlichen, aber auch unserer rechtsstaatlichen Ordnung. Außerdem sollte aus unserer Sicht eine objektive medizinische Einschätzung des Alters möglich sein. Wenn ein bundeseinheitliches Verfahren, wie wir es fordern, nach einer sogenannten qualifizierten Augenscheinnahme das Alter nicht zweifelsfrei klären kann, muss eine medizinische Einschätzung vorgenommen werden. Auf diese Weise werden wir sicherlich nicht jeden Einzelfall klären können. Wir werden aber eine deutliche Eingrenzung von Zweifelsfällen ermöglichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Zusammenhang möchte ich einen kurzen Auszug aus dem Bericht der Landesjugendhilfeplanung 2017 des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zitieren. Dort heißt es, Zitat, die individuellen Erfahrungen und Strategien der Fachkräfte reichen im Rahmen der Altersvorstellung von Aussagen, dass das Alter eigentlich nicht zu erkennen sei, bis hin zu der Selbstbeobachtung, Zitat im Zitat, mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, Zitat Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine so weitreichende Entscheidung für zum Teil stark traumatisierte Menschen auf der Grundlage eines Gefühls zu treffen, reicht mir ausdrücklich nicht. Außerdem sollte die Altersvorstellung der jungen Flüchtlinge erfolgen, bevor sie auf die Jugendämter vor Ort verteilt werden. Das Wohl der tatsächlich Schutzbedürftigen steht für mich und meine Fraktion im Mittelpunkt. Dies sollte die Grundlage für unsere Debatte in Deutschland sein. Für mich geht es um eine Versachlichung dieses hochemotionalen Themas. Das Wohl der Kinder und Jugendlichen ist mir wichtiger als politische Stimmungsmache. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss unser gemeinsamer Konsens werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist jetzt Norbert Müller von der Fraktion Die Linke, Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge, nach wie vor Tagesordnungspunkt im Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident! Guten Morgen! Meine Damen und Herren! Werte Gäste! Die AfD-Fraktion blamiert sich mit ihrem Antrag zur zwingenden Altersfeststellung bei Minderjährigen, und zwar egal ob unbegleitet oder begleiteten, minderjährigen Flüchtlingen nach Strich und Faden. Warum? Ich möchte Ihnen vier Gründe nennen. Erstens waren Sie offenbar gar nicht in der Lage, Ihren groß angekündigten Gesetzentwurf fristgerecht zu beantragen. Jetzt haben Sie Ihren Gesetzentwurf in einen Antrag umgemodelt, damit Sie hier wenigstens nicht mit leeren Händen da stehen. Das wäre ja auch ein wenig peinlich gewesen. Großspurig wollen Sie andere zum Jagen tragen, und dann scheitern Sie hier an den simpelsten Regeln. Das ist ein Trauerspiel. Zweitens, und das ist viel ernster, Sie verstoßen systematisch gegen Recht, nämlich gegen die EU- und Kinderrechtskonvention, gegen die EU-Aufnahmerichtlinie und gegen das Grundgesetz. Für eine zwingende Altersfeststellung, medizinische Altersfeststellung, von unbegleiteten, unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen gibt es gegenwärtig gar keine Rechtsgrundlage. Und selbst wenn Sie es mal irgendwann hinbekommen, Ihren Gesetzentwurf ordentlich hier einzubringen und der angenommen werden würde, was nicht passieren wird, wie wir nach dieser Debatte wissen, selbst dann wäre der schlicht verfassungswidrig, EU-rechtswidrig und verstößt gegen internationale Kinder- und Menschenrechte. Die EU-Aufnahmerichtlinie regelt zwar, dass das Alter eines minderjährigen Flüchtlings auch medizinisch festgestellt werden kann, aber eben nur kann. Und bei fortbestehenden Zweifeln legt die Europäische Union ausdrücklich klar in der Aufnahmerichtlinie, dass dann von der Minderjährigkeit auszugehen ist. Und das ist auch vernünftig, weil sonst die Gefahr droht, dass Sie einen Minderjährigen, der falsch volljährig geschätzt wird, als Volljährigen behandeln, obwohl er in Wahrheit ein Kind ist. Damit verstoßen Sie dann wiederum gegen die Kinderrechtskonvention. Und Sie wissen ganz genau, Deutschland hat diese ratifiziert seit 2011, ist sie voll an Kraft getreten. Das wäre schlichtweg rechtswidrig. Aber genau das bezweckt die AfD-Fraktion mit ihrem Antrag. Kinderrechte und Menschenrechte, da können Sie jetzt auch lachen, sind Ihnen schlicht egal, erst recht, wenn es um die Menschenrechte und Kinderrechte von Ihnen von sozusagen so verabscheuten Flüchtlingen geht. Und drittens glauben Sie ernsthaft, das Alter eines Menschen exakt präzise bestimmen zu können. Das ist besonders absurd, weil Sie im Gegenzug Dokumente, die das Alter eines Geflüchteten belegen, am liebsten gar nicht akzeptieren wollen. Bundesärztekammer, Bundesfachverband, unbegleitet minderjährige Flüchtlinge, das Deutsche Kinderhilfswerk, SOS Kinderdorf, alle drei Kinder- und jugendpsychiatrischen Fachverbände, Tersodom, die AG der Landesjugendämter, alle seriösen Fachleute bestreiten, dass sie das exakte Alter ermitteln können. Und dabei haben wir in Deutschland drei Verfahren zur medizinischen Altersfeststellung. Erstens das Röntgen der Hand, hoch umstritten, weil die Referenzwerte hier für Knochenvermessungen aus den USA der 30er Jahre sind. Der statistische Fehler bei einem 17-jährigen männlichen Jugendlichen liegt bei über 15 Monaten. Wenn Sie, was die Unionsfraktion oder die CSU-Gruppe teilweise gefordert hat, möglichst ein exaktes Geburtsdatum bestimmen wollen, dann liegt der statistische Fehler bei einem 17-jährigen männlichen Jugendlichen bei fünf Jahren. Bei fünf Jahren. Der kann also 13 sein. Der kann aber auch 22 Jahre alt sein. Das heißt, dieses Verfahren ist vollständig ungeeignet. Abgesehen davon, dass der Bundesärztepräsident Montbrommeri noch einmal deutlich gemacht hat, dass Röntgen ohne medizinische Indikation ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist. Und dann sagen Sie in Hamburg, Hamburg-Eppendorf macht das Klinikum das. Ja, das stimmt. Hamburg-Eppendorf sagt, wir machen das natürlich nur freiwillig. Und das Landesjugendamt Hamburg sagt, wenn die Jugendlichen nicht einwillig bereit sind zu dieser Freiwilligkeit, schätzen wir die automatisch Volljährigkeit. Das ist ein Witz. Es verstößt gegen jede Form ethischer Standards in der Medizin. Und dagegen wendet sich die Bundesärztekammer noch der Deutsche Bundesärztetag. Aber Ihr eigentlicher Liebling scheint hier zu sein, weil Sie das ja auch explizit wollen, was die Taz bereits im Sommer 2015 berichtet und seitdem keine Praxis mehr in Deutschland ist. Schwanzvergleich bestimmt das Alter. Verzeihen Sie, Herr Präsident, das ist präsentisch meine Worte. Schwanzvergleich bestimmt das Alter, titelte die Taz im Sommer 2015 und berichtete damit über eine sehr verdienstvolle Anfrage der FDP-Fraktion der Hamburger Bürgerschaft. Die macht nämlich öffentlich, dass man in Hamburg mit beschautes Genitals und der weiblichen Brust das Alter eines minderjährigen Flüchtlings exakt festzustellen glaubte. Deswegen, deswegen ist in den Kommentaren der Bundesregierung in der Gesetzesbegründung für das Umverteilungsgesetz aufgenommen worden, dass das in Zukunft auszuschließen ist in Deutschland. Und die Deutsche Bundesärztekammer wehrt sich auch explizit dagegen, hier Penis und Brust zu betasten und festzustellen, wie alt ein solcher Jugendlicher ist. Und viertens, Sie täuschen Ihr eigenes Klientel, weil Sie mehr Sicherheit versprechen. Das ist natürlich blanker Unsinn. So werden keine Straftaten verhindert. Wir brauchen eine Stärkung der Kinder- und Jugendhilfe. Da ist im Bund in den letzten Jahren zu wenig passiert. Wir brauchen eine Ausweitung der Hilfen für junge Volljährige, gerade für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die mit 18 eben nicht aus allen Hilfen raus sein sollen. Und es ist völlig akzeptabel, dass wir Kinder und Jugendliche, die hier minderjährig sind, unbegleitet sind, dass sie volljährig werden, aus der Kinder- und Jugendhilfe rausfliegen. Gerade die müssen wir besonders schützen. Und, das sage ich in Bezug auf die letzte Debatte, letzter Satz, Herr Präsident, wir brauchen den Familiennachzug gerade für diese Gruppe, weil das Integration erleichtert, weil wir sie damit aus der Kinder- und Jugendhilfe herausbekommen und nichts Besseres für diese Jugendlichen passieren können. Was wir nicht brauchen, sind verstümperte Anträge der AfD-Fraktion, die nur Stimmung gegen Geflüchtete machen will. Vielen Dank. Es geht in der laufenden Debatte zur Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge durchaus ins Detail. Das war Norbert Müller von der Fraktion Die Linke. Nächste Rednerin Katja Dörner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Liebe Gäste! Wer den Gesetzentwurf kennt und wer den Wortbeitrag des Herrn von der AfD verfolgt hat, der erkennt doch auf den ersten Blick, es geht doch nicht darum, die Validität der Altersfeststellung zu verbessern. Es geht darum, Stimmung gegen junge Geflüchtete zu machen. Ich finde das schäbig, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem, wenn man weiß, dass viele dieser jungen Menschen traumatische Erlebnisse aus Krieg und Gewalt mit sich tragen, die wir uns hier alle im Raum überhaupt nicht vorstellen können. Und um erst gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, selbstverständlich ist es notwendig, dass der Staat, dass unsere Behörden die Identität derer kennen, die sich in Deutschland aufhalten. Und das betrifft natürlich auch das Alter junger Geflüchteter. Aber Fakt ist, mit der Gesetzeslage gibt es überhaupt kein Problem. Paragraf 42 F SGB VIII, der da heißt Behördliches Verfahren zur Altersfeststellung, der regelt alles Notwendige. Und ich zitiere mal aus dem Gesetz, insbesondere auch für Frau von Storch, die jetzt irgendwie gar nicht mehr da ist. Ich zitiere, das Jugendamt hat in Zweifelsfällen eine ärztliche Untersuchung zur Altersbestimmung zu veranlassen. Das ist die Gesetzeslage. Wichtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, im SGB VIII ist das Verfahren zur Altersbestimmung eben genau richtig angesiedelt, weil es in den Händen derer liegt, die tatsächlich etwas davon verstehen, nämlich den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe. Die Altersbestimmung ins Asyl- und Aufenthaltsgesetz ziehen zu wollen und dann auch noch mit Strafandrohungen herumzuwerken, das ist aus unserer Sicht genau der falsche Weg. Und ich lese auch noch im Gesetzentwurf, dass sich das BKA, das Bundeskriminalamt, zukünftig um die Altersfeststellung kümmern soll. Das ist doch nun einfach völlig absurd. Das BKA wird sich bedanken, wenn es sich mit Mann und Maus von morgens bis abends um solche Dinge beschäftigen soll. Die AfD macht hier immer ein Riesenprimborium und angebliche Sicherheit. Aber derartige absurde Vorschläge zeigen doch, wer das Sicherheitsrisiko in Deutschland tatsächlich ist. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nun gibt es auch Streit um die Methode der Altersbestimmung. Und hier würde ich vorschlagen, es bietet sich immer an, auf Leute zu hören, die wirklich Ahnung von Thema haben. Und das ist eben in allererster Linie die Ärzteschaft. Und die Ärzteschaft, die Bundesärztekammer, die lehnen eben Alterstests für junge Geflüchtete ausdrücklich ab, und zwar aus ethischen Gründen, aber auch schlicht deshalb, weil es keine medizinisch unzweifelhafte Methode gibt, die eindeutige und unzweifelhafte Ergebnisse bringt. Und Herr Reusch, ja, ein Rechtsmediziner ist eben nicht die Rechtsmedizin. Das ist einfach ein Fehler, den die AfD dauert macht. Ich bin dem Präsidenten der Bundesärztekammer sehr dankbar, dass er sich mit einem so klaren Statement in die Debatte eingebracht hat und eben auch klargestellt hat, dass es sich beispielsweise beim Röntgen ohne medizinische Indikationen um einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit handelt. Und deshalb kann das immer nur das letzte Mittel zur Feststellung sein. Und auch die Bundesärztekammer, die Ethikkommission der Bundesärztekammer hat sowohl die Zulässigkeit als auch die Verfassungskonformität von ärztlichen Altersfeststellungsverfahren zu Recht angezweifelt. Und deshalb ist es richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich am Leitfaden der Landesjugendämter zu orientieren. Die setzen eben auf einen Methodenmix. Und damit wird den Rechten der jungen Geflüchteten und eben auch das berechtigte Kenntnisinteresse der Behörden in ein vernünftiges Verhältnis zueinander gesetzt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Kinder und Jugendliche, das ist ja heute schon ein paar Mal gesagt worden, die haben ein Recht auf besonderen Schutz und Unterstützung. Und das gilt selbstverständlich auch für junge Geflüchtete. Und an die Adresse der Union und der SPD will ich eben auch sagen, Es reicht nicht, im Sondierungspapier zu schreiben, die UN-Kinderrechtskonvention gilt, wenn wenige Sätze später die Planung dafür dargelegt werden, geflüchtete Kinder und Jugendliche eben auch Minderjährige zu internieren und sie eben dieses besonderen Schutzes in der Kinder- und Jugendhilfe zu berauben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD erzählt immer viel von jungen Geflüchteten, die kriminell sind. Die gibt es und selbstverständlich müssen Straftaten auch geahndet werden. Aber gerade die viel zitierte Studie von Professor Pfeiffer belegt den sehr engen Zusammenhang von Perspektivlosigkeit und Kriminalität. Und das ist übrigens bei deutschen und nicht deutschen Jugendlichen gar nicht unterschiedlich. Und deshalb brauchen junge Geflüchtete Zugang zur Bildung, sie brauchen Zugang zur Ausbildung, auch wenn sie nicht auf Dauer in Deutschland bleiben. Wir sollten viel mehr über Integration reden, weniger über Abschreckung und über die Frage, ob ein junger Mensch 17 Jahre und 10 Monate oder 18 Monate und 2 Monate alt ist. Der Gesetzentwurf der AfD ist aus unserer Sicht völlig überflüssig. Er ist schädlich. Wir lehnen eine solche perfide Stimmung machen gegen junge Geflüchtete ab. Vielen Dank. Der voraussichtlich vorletzte Redner der laufenden Debatte, das ist jetzt Markus Weinberg von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich will eins sagen zu Ihrer Masche, wenn man sie gestern und heute beobachtet. Gestern melden Sie ein Thema an, Freiheit und Gleichheit von Frauen. Und Sie reden relativ schnell, kommen Sie zum Thema Kandel und die Frage Ausländerpolitik. Heute melden Sie das Thema an, Altersfeststellung von jungen geflüchteten Migranten. Und Sie kommen relativ schnell in der Sprache zu den Themen volkswirtschaftlicher Schaden, Lügner etc. Und für uns als Union steht eines fest, das Thema Altersfeststellung von jungen geflüchteten Personen ist ein wichtiges Thema. Und ich stimme den Kollegen der FDP ausdrücklich zu, dass wir dieses Thema versachlichen müssen. Das steht außer Frage. Aber außer Frage steht für uns auch, wenn man dann Ihren Antrag liest, Ihre Rede hört, Ihre Sprache identifiziert, dass es mit unseren Grundwerten einer freiheitlich-christlichen Grundordnung nichts zu tun hat, sondern dass es weitestgehend Hetze ist, auch gegen Ausländer. Und das werden wir als solches auch nicht mit unterstützen. Denn, die Kollegen haben es angesprochen, wir reden hier im Kern über Kinder. Und wir haben nicht nur eine UN-Kinderrechtskonvention, wir haben auch eine Sozialgesetzgebung. Oder es ist Herkunft oder auch Geschlecht und Ähnliches für uns nicht relevant. Sie und gerade geflüchtete Kinder verdienen unseren Schutz, unser Vertrauen und unsere Zuwendung. Sie nicken, das nehme ich gerne zur Kenntnis. Es ist unsere Aufgabe, Ihnen dieses auch zu geben. Und Deutschland zeigt diesen Menschen gegenüber Solidarität und Anstand. Aber, das betrifft Kinder, das Ausnutzen des besonderen Schutzes für Kinder durch Erwachsene, die gegebenenfalls auch falsche Eitersangaben machen, die sind auch für uns nicht hinnehmbar. Also wird die Großzügigkeit des Staates durch Unberechtigte ausgenutzt, hüllt das die Hilfsbereitschaft und die Offenheit unserer Gesellschaft aus. Und auch das werden wir nicht hinnehmen. Aber Ihr Antrag insgesamt von der Sprache her ist menschenverachtend aus unserer Sicht, wie gesagt, weil Sie nur Misstrauen, weil Sie nur Misstrauen und Anklage formulieren und nicht zum Thema kommen. Volkswirtschaftlicher Schaden steht drin. Da steht in dem Antrag drin Ausnutzung. Es dient Abwehr von Gefahren. Es ist also nur eine Anklage und einem Misstrauen jungen Menschen gegenüber. Deswegen will ich zu dem kommen, was wir in den letzten Jahren auch gemacht haben. Nadine Schön hat schon angesprochen, dass das Saarland mit dem Fortscreening-Verfahren einen sehr klugen Weg gegangen ist. Ich kann als Hamburger sagen, und das ist auch für die Sozialdemokraten vielleicht ganz interessant, dass wir in Hamburg auch ein besonderes Verfahren haben, das Hamburger Modell haben, auch vom Institut für Rechtsmedizin am UKE ja so unterstützt und so durchgeführt. Und Ähnliches gilt für die Regelungen, die in Bayern getroffen wurden. Ganz interessant, nur mal am Rande notiert, die CSU in Bayern, die SPD in Hamburg und die CDU im Saarland haben ja also kluge Vorgehensweisen gemeinsam entwickelt. Mit Blick auf den Sonntag wäre es ja dann auch ein gangbarer Weg, was wir in den Sondierungen verhandelt haben und ausgesprochen haben, diese Ankersysteme, diese auch bundesweit dann zu implementieren. Herr Kollege Weinberg aus der AfD würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Das ist Jan Nolte von der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Kollege, als man das Alter von angeblich minderjährigen Flüchtlingen in Dänemark beispielsweise feststellte, da waren 75 Prozent von denen über 18. Wieso sind Sie der Meinung, dass in Deutschland ein gewisses Misstrauen dann menschenverachtend wäre? Also, eins müssen Sie immer eins wissen. Also, ja, in Dänemark waren es 75 Prozent, wir haben im Saarland 35 Prozent, wir haben in Hamburg 40 Prozent falsche Altersangaben. Das ist ein Problem, und das müssen wir angehen, das Problem. Aber 60 Prozent derer waren minderjährig. Und Sie diffamieren dann diejenigen, die minderjährig sind. Also, bei uns gilt eine ganz klare Aussage. Wir wollen die Kinder schützen, und wir haben gewisse Vorgaben, wie wir Kinder dann auch in Deutschland betreuen. Bei denjenigen, wo es nicht stimmt, werden wir über ein Verfahren oder über die Verfahren das auch so regeln. Und deswegen glaube ich, dass wir mit dem Sondierungspapier und den Ergebnissen der Sondierung richtig liegen. Und wir haben schon auch das Wort angesprochen, Ende 2015 ja in der Gesetzgebung den Paragraf 42f im Sozialgesetzbuch verändert, dass das Jugendamt die Minderjährigkeit feststellen muss und auch medizinische Überprüfungen anordnen kann. Warum das nicht so erfolgt, wie wir uns das vorgestellt haben, dafür mag es viele Gründe und Ursachen geben. Ich habe schon angesprochen, jetzt wird man dazu kommen müssen, dass man sozusagen die Kompetenzen bündelt, dass man die Verfahren auch klarer macht. Das muss man aber sehr sorgsam machen. Und auch da kann ich dem Kollegen der FDP nur zustimmen. Es gilt weiterhin, dass wir bei all den Maßnahmen, die wir entwickeln, den Schutz der Kinder in den Vordergrund stellen. Und das, glaube ich, ist mit dem Ankereinrichtung auch gut und sinnvoll und gut geplant. Deswegen, und das muss abschließend nochmal gesagt werden, ist es für uns in der Union, und ich glaube, dass das weite Teil des Pläums, sozusagen, da auch unterstützend, jetzt die Herausforderung, dieses zu verbessern, ganz deutlich. Aber auch ganz klar muss gesagt werden, und das meine ich mit der Formulierung in Ihrem Antrag, zwischen den Zeilen, was man da liest. Reines Misstrauen kann es nicht geben. Reines Misstrauen wird es mit uns nicht geben, denn wir, sozusagen, stehen zu einer humanistischen Gesellschaft mit einem christlichen Menschenbild. Und das unterscheidet uns von Ihrem Ansatz. Vielen Dank. Letzter Redner der laufenden Debatte zur Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge ist Michael Frieser, ebenfalls aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wie gesagt, der voraussichtlich letzte Redner zu dieser Debatte. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine werten Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist notwendig, dass man in dieser Debatte, die vielleicht deshalb emotional aufgeladen ist, weil es einerseits um Menschen geht. Es ist berechtigt, dass man das tut. Ich bitte aber auch darum, dass man dieser Aufgeregtheit, die hier durch einen Antrag der AfD inszeniert wird, nicht noch auf den Leim geht. Ich glaube, das Haus wusste bisher, wie man mit solchen Themen gut umgehen kann. Und wir haben die Beispiele aus den Ländern schon gehört. Und ich glaube, wir sind auch weiterhin in der Lage, das erstens unaufgeregt und im Sinne der Menschen, auch der Minderjährigen zukünftig, umzusetzen, ohne Antrag auch der AfD. Auf der einen Seite muss man schon sagen, man muss erkennen und bewusst dazu stehen, dass es sich um eine Problemsituation handelt. Es geht nicht um das Dramatisieren von Zahlen, aber es geht darum, dass es eben um mehr als nur die Buchstaben des Gesetzes und des Rechtes geht. Es geht darum, dass diese Gesellschaft Menschen ein Schutzversprechen abgibt. Wer minderjährig ist, steht unter dem besonderen Schutz dieses Staates. Und deshalb muss erkannt werden, und zwar im Groben erkannt werden. Handelt es sich hier um Minderjährige oder handelt es sich hier nicht um Minderjährige? Und deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten, zu sagen, zurück zu den eigentlichen Wurzeln. Wer einen Antrag auf Asyl, wer als Flüchtling in dieses Land kommt, stellt einen Antrag oder macht einen Anspruch geltend gegen diesen Staat und stellt aber auch gleichzeitig einen Anspruch an die Gesellschaft, dann muss er sagen, wer er ist, wo er herkommt und wie alt er ist. Das heißt also, er muss beweisen, will er die Rechte und dieses Schutzversprechen dieses Staates eigentlich tatsächlich in Anspruch nehmen. Und deshalb sagen wir, neben jeder Aufregung, selbstverständlich müssen auch solche gezielten Falschausgaben, die im Einzelfall vielleicht sogar nachvollziehbar sind, aber natürlich auch Einfluss auf das Antragsverfahren haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich die Frage, geht es noch? Also bei dieser Frage dann mit drakonischen Haftstrafen zu reagieren. Also ich dachte mir, da ging es auch bei dem Antrag um die Frage von Einsparungen. Bei jemandem, dessen Antrag gegebenenfalls abgelehnt werden würde, den wollen es dann hinterher drei Monate oder sechs Monate oder ein Jahr in Haft stecken. Also da ist meines Erachtens tatsächlich jede Form von Rahmen ausgerutscht. Und insofern glaube ich schon, dass es entscheidend ist, dass wir es auch, und das klingt vielleicht jetzt etwas hart, aber praktikabel machen müssen, dass es der Normalfall ist, dass die In-Augenscheinnahme oftmals ist darauf hingewiesen worden, bereits den Buchstaben des Gesetzes entspricht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nein, es geht nicht um Kinder in dieser Debatte. Nein, es geht nicht darum, dass wir exakte Geburtsdaten und am besten noch das Tierkreiszeichen ermitteln durch irgendwelche Methoden. Es geht darum, dass wir generell unterscheiden können, ob Menschen, die hierher kommen, des besonderen Schutzes des Staates nicht nur wert und würdig sind, sondern dass wir damit den anderen, die diese Kapazitäten, die diesen Schutz wirklich brauchen, die Möglichkeit geben, auch wirklich zu erhalten. Nur darum geht es. Also, es geht um eine generelle Feststellung und nicht um die Bestimmung des Alters. Und deshalb glaube ich, es ist auch richtig, diese Entscheidung, die wir getroffen haben, es in den Entscheidungs- und Rückführungszentren zu machen, dass wir dort die Frage, den Sachverstand bündeln, dass wir bei der Einräumung der Möglichkeit, dass jemand sein Alter nachweisen muss, wenn die In-Augenscheinnahme nicht hilft, wenn die Papiere, die Beweise nicht helfen, dass dann ein minimaler, auch medizinischer Eingriff, diese Klarheit im Sinne der Gesellschaft, im Sinne der Geflüchteten und im Sinne der Minderjährigen tatsächlich erbringen kann. Und dazu bedarf es mit Sicherheit keines Antrages der AfD. Vielen Dank. Und dieser Antrag wird jetzt aber überwiesen in den zuständigen Ausschuss. Das Wort hat Wolfgang Schäuble. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 471 an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden. Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Das ist die Überweisung so beschlossen.